Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Deutschlands beste Zugstrecken 2016 Nein, wir spielen natürlich Adams Venture Origins Und bevor ich jetzt hier irgendwie was mache mit der Zugfahrt, muss ich nochmal kurz erwähnen Und zwar der Developer, also quasi der Hersteller, der Programmierer oder was auch immer Jetzt habe ich wieder vergessen wie er heißt Oedesco? 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 Folgt mir auf Twitter Fragt mich bitte nicht wieso, aber ich fühle mich geehrt Ja, thank you very much Oedesco for following my Twitter account So, genug, danke gesagt, wir fahren jetzt mal So, los geht's Ibi, huch Minenwagen, Gefahr, Minenwagenrenze, nichts für schwache Nerven, setze deinen Enderhaken geschickt ein Ducken, verwende deinen Enderhaken Ach du lieber Gott Oh Gott Oh Gott Schluck, okay Äh, los geht's Äh, äh Ähm, äh Oh Gott Oh Gott, ich will nicht Äh Alter Die Enderhaken und eine Handel Höh Ja, dann, äh, äh, mach mal Aha Höh Wieder Äh, was? Was soll ich jetzt machen? Boah, Alter, sieht das geil aus Leck mich am Arsch Äh Äh I brought my cap And this torch What more can we possibly need? How about those crates with food that were at the back of the plane? Food? Hm I thought that was your make-up kit Anyway, the plane had to leave There's a big sandstorm coming our way No worries The pilot promised he'll be back as soon as possible So, what are we supposed to eat until then? Well, we've got one crate of apples It's just that Last time a woman ate an apple around here Things got kind of ugly Remember? Very funny Now, take this radio and go and see the professor He needs your help with something Okay, äh, sprich mit dem Professor Äh, dann mach ich das mal Äh, hallo? Kann ich mit dem Professor sprechen? Hallo? Boah, Alter, ich muss mir das mal grad mal angucken Boah, nee, boah Was ist denn das mit der für ein Rätsel hier? Ah, Alter Okay, pass mal auf A strange device in front of a huge gate A huge closed gate Nah, I don't see the connection Boah, du siehst keinen Zusammenhang? Spinnst du? Natürlich Hallo? Hä? Okay, Professor Was ist das denn? Go and see the professor He needs your help with something Was denn? Jetzt wollte ich ein bisschen rätseln Mann Nimmst aber auch einen Den ganzen Spaß hier Professor Professor Wo sind sie denn? Ich renne hier immer ein bisschen Ich weiß nicht, ob rennen hier gesund ist Ah, Adam Oh, da bist du Ich habe vor kurzem studiert das Puzzle-Divice das scheint zu kontrollieren die Gäte Und ich glaube dass einige der die essentiellen sind missing Kannst du einfach Blast unseren Weg in? Du schuld! Hast du eine Idee wie viel die Gäte sind? Ich meine Wissenschaft Aber da könnte nur noch einen Weg in Diese Röcke seem zu block eine Art Tunnel Well, unless there's some scientific reason not to blast our way through, I'll go and find some Explosives. Kann ich hier vielleicht, äh, oder beziehungsweise ich hab ne Fackel, kann ich das? So, was ist das hier? Äh, huch, nischt. Ähm, die latscht hier ein bisschen rum. Haha. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht mit der Fackel, äh, ein bisschen was rumzünden können. So. Kann ich jetzt, äh, mal? Äh, was? Jetzt hab ich gemeint, mit der Fackel könnte ich hier mal so, äh, ah, toll. Toll. Kann ich die Fackel auch wieder wegmachen? Hallo? Na toll. Jetzt schlepp ich hier die Fackel durch die Gegend. Vom Basiscamp? Äh. Aber ich kann doch hier nicht mehr zurück. Oder komm ich hier nochmal zurück? Warte mal, hier ist... Nein, hier komm ich nicht durch, schade. Äh. Okay, Dynamit? Dynamite! Wo geht's denn eigentlich hier hin? Kann ich hier nochmal fahren, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Hä? Also hier ist ja nischt drin. Warte mal. Hier ist noch was. Kann ich hier irgendwas machen? Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Vielleicht kann ich jetzt irgendwas machen. Nein. Ach, jetzt kann ich was machen. So, ich schätze mal, ich muss hier die Rohre irgendwie, äh, legen, ne? Hätte ich mal... Pass auf. Aha. Okay, ähm, Rohr Nummer 1. Äh. Äh, schwierig. Ich muss ja wahrscheinlich alle verbinden, oder? Kann das sein? So. Äh. Machen wir es mal so. Und vielleicht irgendwie das. So. So. Äh, aber dann ist ja das nicht verbunden. Hä? Ähm. So. Ähm, schwierig. So. Und das. So. Und jetzt könnte das mal hier, äh, laufen. Aktiviere den Hebel, um deine Lösung zu prüfen. Okay, machen wir mal. Äh. Okay, hier ist noch offen. Das darf nicht sein. Hier ist offen. Das heißt, ich muss hier zumachen. Ne, warte mal. Wir machen das mal so. Äh. 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 Aber dann ist hier offen. Und, äh, das ist auch nicht gut. Aber irgendwas fehlt da. Da fehlt was. Ich könnte es natürlich... Nein, aber dann ist hier offen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Da fehlt doch was. Schwierig. Weil, wie soll ich denn das machen, dass dann wirklich alles verbunden ist? Ach, warte mal. Ne, dann ist aber das dann wieder offen. Ah, ah, ah. Nein, so könnte es funktionieren. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Dynamit. Aus dem Rohr. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Na gut, ist egal. Ja, ist ja in Ordnung. Kein Problem. Okay, los geht's. Und, äh, Action. Äh. Kann ich jetzt, äh, ach so. Okay, warte mal. Ähm, Schlürchen. Oder ich mach das mal hier so. Waaah. Oh. Naja, so ein toller Knall war das jetzt nicht. Voll der Knaller. Soll ich jetzt den Knaller tüten? Was ist das? 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 Das ist... Oh, das ist doch... ...und, äh. Das ist doch... Meine Güte. Schwierig. Was? Was erzählt der? So, jetzt pass mal auf. Okay, ähm, ja. Willst du mich verkackealbern? Hallo? Ich möchte gerne das Ding hier drehen. Ich soll doch einen Weg nach unten suchen. Was? Das ist jetzt auch nicht so ein Mist. Okay, gut. Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Das sieht überhaupt nicht aus wie der Garten Eden. Okay, pass auf. Wir könnten mal schauen, ob vielleicht irgendwo so ein Haken ist, wo wir uns da vielleicht mal einhängen können. Irgendwo? Irgendwo? Nein? Interessant. Was denn? In dem Namen des all-sehenden Augen. Hör auf! Boah, ich behalte ja gleich die Fackel ins Gesicht, du. Und du? Äh, noch nicht? Ich gucke ja. Schwierig. Schwierig. Kann ich vielleicht hier irgendwas machen? Nee. Hier durch oder so? Höh! Nein. Hä? Warte mal. Höh! Warte mal, hier komme ich doch nicht durch. Hä? Ich hätte schwören können, dass ich vielleicht irgendwo ein Haken oder so. Uah! Muss ja irgendwie da runterkommen. Hä? Ja, sie streckt sich erst mal. Okay. Ähm, hier scheint es aber irgendwie doch keinen Weg zu geben. Es muss einen... ...andern Weg geben. Tja. Schwierig. Hoppala. Schwierig. Was ist das hier? Warte mal. Da komme ich gar nicht runter. Oh, geh mal nie auf die Eier mit deinem Spruch. So. Ähm. Hier komme ich wahrscheinlich nicht drüber, ne? Nein. Schade. Kann ich hier vielleicht nochmal zurückfahren oder so? Nein. Schade. Komme ich hier vielleicht zurück? Ich wage... Äh, wage ich es so bezweifeln. Oh, ich hau dem eine runter. Hä? Hm. Ja, Leute. Jetzt bin ich ein bisschen, äh... Radlos. Nicht irgendwas machen. Hier was anzünden. Huch. Versteck mich im Busch. Was ist das denn? Ja, klopf mal. Ja, klopf mal. Vielleicht bringt's was. Hier ist nix. Boah, der geht mir vielleicht auf den Senkel. Hier ist auch nix. Was haben wir hier? Ich bin jetzt, äh... Gradlos. Hier war ja nix mehr, ne? Ne. Da hat man ja das Dynamit her. Hä? Das muss doch einen Weg... Das muss doch einen Weg da geben. Boah, ey, der nervt. Hier kann ich nicht nochmal sprengen, ne? Ne. Hier ging's auch nicht weiter. Hm. Was wäre denn... Jetzt hab ich die Fagel ausgemacht. Okay. Äh, äh. Okay, äh. Okay, hier geht's anscheinend keinen Weg. Ich schau jetzt gerade mal. Nein, anscheinend nicht. Nein. Hallo? Ich würde gerne mal wieder hoch. Nein. Was war das denn? Hä? Äh, äh? Bin ich jetzt tot? Nein. Die Suche beginnt. Erkunde das Gebiet. Also ich hätte mir ein bisschen besseren Übergang gewünscht. Ähm. Schwierig. Adam, du hörst mich? Over. Laut und klar. Ich fiel einfach auf einem Slum, aber nichts ist broken. Nur meine Freude. Hast du die Garten gefunden? Können wir uns folgen? Ich glaube nicht. Obwohl es die Bläder in den Paradies schwingen. Ich schaue mich um und sehe, wo diese Tunnel liegen. Ach du lieber Gott. Eine Fackel im Sturm. So. Ach du lieber Gott. Boah, das sieht aber echt, äh, irgendwie schon genial aus. So. Huch. Bäh. Hoppala. Ach du lieber Gott. Was ist das? Bäh. Bäh. Was ist denn das für eine Gestalt? Aber da komme ich nicht rüber, ne? Okay. Ähm. Schwierig. Hoppala. Da ist nix mehr, ne? Ne. Ähm. Okay. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich hier runter müssen. Ops. Äh, was? Hä? 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 Also das war nur wirklich nicht hoch. Da hätte man doch in diesen Korb da reinspringen können. Na toll. Und die Suche beginnt wieder. Von vorne. Obwach auf. Hä? Wahrscheinlich meldet sich jetzt gleich die Alte wieder. Können nicht wetten. Adam? Do you hear me? Nein. 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 Ich bin doch immer vorsichtig. Ähm. Ähm. Schwierig. Also man kann hier nicht runter. Und. Äh. Hä? Was ist das hier? Okay. Und was ist das hier? Warte mal. Hier ist hier... Hä? Moment. Hä? Ach du Scheiße. Hä? Okay. Schwing. Schwing. Opsa. Gibi. Boah. Das sieht ja krass aus, das Ding. Würde ich mal ganz greeny machen. So. Schön. Ähm. Okay. Ach ich komme auch wieder zurück. Na das ist ja schon mal was. Okay. Dann hätte ich mal gesagt. Ähm. Wir schauen in der nächsten Folge mal. Wo es uns dahin verschlägt. In diesen komischen Höhlen. Weil nach am Garten Eden schaut das ja nicht wirklich aus. Ne. Das ist schon. Äh. Naja. Okay. Da oben sieht es richtig geil aus. Also es. Äh. Gefällt mir. Gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Sagt euer RiggiDiggi. Tschö. Mit. Ö. Oder auch nicht. Jetzt habe ich den Knopf nicht gefunden. Hahaha. Okay. Und jetzt aber. Tschüss.